Hallöchen, du bist jetzt beim letzten Kästchen vom Arbeitsblatt Paskalsches Dreieck 1 angekommen und somit auch im letzten Video von diesem Videozyklus. In diesem letzten Video möchte ich dir noch einmal anschaulich erklären, warum das Paskalsche Dreieck und die binomischen Formeln diesen Zusammenhang haben. Dazu solltest du schon die vorherigen Videos angeschaut haben und verstehen, worum es beim Paskalschen Dreieck und bei den binomischen Formeln geht. Warum funktioniert die Methode jetzt also? Du hast ja schon in den ersten Videos berechnet, dass a plus b Quadrat und a plus b hoch 3 ausmultipliziert genau mit den Koeffizienten im Paskalschen Dreieck zusammenpassen. Ich will dir jetzt zeigen, dass das auch für jeden weiteren Schritt passiert. Wenn du a plus b hoch 4 nimmst, dann multiplizierst du ja deinen vorherigen Term a plus b hoch 3 wieder mal a plus b. Du kannst das so aufschreiben. a plus b hoch 3 weißt du ja jetzt schon, dass das zu den Einträgen im Paskalschen Dreieck passt, nämlich zu 1, 3, 3 und 1. Du kannst jetzt also ausmultiplizieren und hast da stehen a plus b in Klammer mal Klammer auf einmal a hoch 3 plus 3 mal a Quadrat mal b plus 3 mal a mal b Quadrat plus einmal b hoch 3, Klammer zu. Und jetzt wird ausmultipliziert. Das bedeutet, wir verwenden die Disco-Formel. Jeder Term aus der ersten Klammer wird mit jedem Term aus der zweiten Klammer multipliziert. Wir fangen einmal mit a an. Dann haben wir a mal 1 mal a hoch 3, das ist a hoch 4, plus a mal 3 a Quadrat mal b, das wird 3 a hoch 3 mal b, plus a mal 3 mal a mal b Quadrat, wird 3 a Quadrat mal b Quadrat, plus a mal 1 mal b hoch 3, das wird 1 mal a mal b hoch 3. Plus, und jetzt rechnen wir jeden Term mal b. Ich schreibe das in die nächste Zeile, damit es übersichtlicher bleibt. Und wir haben dann b mal 1 mal a hoch 3, also 1 mal a hoch 3 mal b, plus b mal 3 mal a Quadrat mal b, wird 3 mal a Quadrat mal b Quadrat, plus b mal 3 mal a mal b Quadrat, wird 3 mal a mal b hoch 3, und dann noch plus b mal 1 mal b hoch 3, das wird b hoch 4. Gut, du siehst, ich habe das jetzt schon so schön untereinander geschrieben, dass die Terme, die zusammenpassen, untereinander stehen. Es wird ja jetzt alles aufsummiert, und deswegen können wir gleich schreiben, 1 mal a hoch 4, plus 4 mal a hoch 3 mal b, plus 6 mal a Quadrat mal b Quadrat, plus 4 mal a mal b hoch 3, plus 1 mal b hoch 4. Und die Koeffizienten davon passen wieder zum Pascal'schen Dreieck. So, jetzt schauen wir uns das noch einmal genauer im Pascal'schen Dreieck an, was da passiert ist. Im Pascal'schen Dreieck gehört die oberste Zeile, die 0. Zeile, quasi zu a plus b in Klammer hoch 0. Das ist ja 1, weil alles hoch 0 ist 1, außer 0. Als nächstes schauen wir uns an a plus b in Klammer hoch 1, und das wird 1 mal a plus 1 mal b. Und so geht es weiter mit a plus b in Klammer hoch 2 und hoch 3 und hoch 4. Wir haben das ja jetzt schon oft genug ausmultipliziert. Was passiert, wenn wir von a plus b hoch 0 zu a plus b hoch 1 wollen? Wir multiplizieren das Ganze mal a plus b. Wenn wir dann zu a plus b hoch 2 wollen, multiplizieren wir das wieder mit diesem Ausdruck und so weiter. Das kann man nun endlich weiterspielen, uns reichen jetzt mal die paar Zeilen. Was passiert mathematisch? Wir rechnen also 1 mal a plus b. Das heißt, der 1er wird mal a gerechnet und mal b. Und dann kommen wir zu 1 a plus 1 b. In der nächsten Zeile rechnen wir jetzt dieses 1 a und dieses 1 b jeweils wieder mal a plus b. Das heißt, einmal mal a und einmal mal b. Wir kommen zu der nächsten Zeile. Und so kannst du das immer wieder durchspielen. Jeder Wert wird einmal mal a gerechnet und einmal mal b. Und so kommen wir wieder zur darunterliegenden Zeile. Und du siehst, dass die Einträge im paskalischen Dreieck auch die Koeffizienten von deinem ausmultiplizierten Binom sind. Also die Binomialkoeffizienten. Ich hoffe, dieser Videozyklus hat dir geholfen, das paskalische Dreieck und die binomischen Formeln etwas besser zu verstehen. Rechne ruhig noch ein paar weitere Beispiele. Und wenn du etwas nicht verstanden hast, kannst du ruhig zu den vorherigen Videos zurückgehen. Und wenn du etwas nicht verstanden hast, kannst du ruhig zu sehen. Danke. Vielen Dank.